Das ist Böll, mein bester Freund. Ich lebe jetzt mit dir seit 20 Jahren in diesem Loch, in diesem tiefen, schwarzen, einsamen Loch. Ich habe keine Lust, hier weiter zu vergammeln. Vergammeln! 1.000 Euro, die lagen im Müll. Das ist die Chance, alles neu. Ich stieß morgen nach New Orleans. Ja, ich will meine Mutter besuchen. Im Allgäu, ich habe es immer gesagt, wenn ich nur könnte. Vergiss mal, ob du sagst, ich will abhängen. Hey! Da oben gibt es einen, der für solche wie uns zuständig ist, ja? Und er sagt sich, die zwei da unten, die mag ich. Und weil ich die so mag, kriegen die heute einen dicken Fisch. Ich habe auch einen dicken Fisch. Ich kann mir das gleich mal langsam machen. Ich mache mich, meine Mutter zu Hause. Ja.